Hallo, ich bin Franz. Willkommen in den Wohnbereichen des Franzaldes Hauses. Du brauchst Unterstützung im Lebensalltag? Du möchtest gerne in einer netten Gemeinschaft bei uns wohnen, wo immer jemand für dich da ist? Oder möchtest du lieber in eine eigene Wohnung ziehen und von uns nach Bedarf ambulant unterstützt werden? Wir können das gemeinsam besprechen und dir bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform helfen. Ruf uns einfach an unter 0201 2769 213. Dann vereinbaren wir einen Beratungstermin. Wir freuen uns auf dich!